Willkommen zurück, Leute, zum Pokémon Pack Unboxing. Hatten wir auch schon längere Zeit jetzt nicht mehr. Aber gerade mal durch meinen Posteingang geguckt und möchte mich da bedanken bei NeverEndingFun. Und dann möchte ich mich noch bedanken bei Kevin. Und dann möchte ich mich bei Giyoshi bedanken für ein paar Codes, ja. Wir haben auch ein bisschen was dagelassen, wie wir hier sehen. Und da können wir mal... Nein, Mann, ich will jetzt ein Unboxing machen. Gehen wir nicht auf den Senk. So, da können wir auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen was öffnen. Und das tun wir auch. Übrigens, wenn ihr das mehrfach macht, ne, dieses Mich-Herausfragen, dann fliegt ihr von meiner Liste. Er hat es jetzt zweimal hintereinander gemacht. Ich habe es zweimal abgelehnt. Mal gucken, wann er zu dem Entschluss kommt, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht gegen ihn spielen möchte. Das wird man sehen. Ähm, oh mein Gott. Oh mein Gott. Direkt. Feli Nara EX. Scheinbar Full Art. Nice. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Eine sehr gute Outreinschule. Geil. Geil. Da willst du mehr. Da willst du mehr. Okay. Ob wir noch mehr... Wieder zwei geile. Das ist... Leil. Ein Pikachu Full Art. Das besitzen wir aber schon. Aber es sieht gut aus, oder? Es sieht scheiße gut aus. Verdammt nochmal. Und ein geiles Garados, das ich scheinbar auch noch nicht hatte. Ist ganz geil, dass diese Generations Packung... Da sind auch neue Sachen drin, ne? Die ich... Die ich noch nicht 5000 Mal hatte. Das ist einfach ganz schön. Felinara EX. Nice. Und ein Glurak EX. Also... Bis hierhin? Sag ich mal Daumen hoch, ne? An die Packung. Durchaus. Durchaus. Und noch ein Kickli, das ich schon habe. Aber das... Das ist... Das ist okay. Weil... Ja. Was willst du erwarten, ne? Noch mehr krassen Shit. Das wäre halt auch einfach... Too much an dieser Stelle. Weil wir haben jetzt schon mehr als in manchen Parts gezogen. Wo wir einfach mal 30 Packungen geöffnet haben. Oder mehr. Von daher... Voltolos. Mhm. Ja, man sieht, ne? Also bei einem Voltolos... Da dreht der Wollo beide am Rad. Vor Freude so. Ey, 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 ey. Es geht. Es geht. Hornlio. Ein nagelneues Hornlio in Glycerino. Oh, das ist schön. Und ein Kapilz. Ich glaube, das war alles, ne? Das war wieder auch nur eine einzige, die ich... Ja. Okay. Immerhin kann ich so ganz oft dieses geile Aufreißgeräusch bekommen. Auf das ich so stehe. Tatsächlich. Da fahre ich voll drauf ab. Wo kannst du? Noch ein Flordelis. Kannst du eigentlich auch nie genug von haben, würde ich mal behaupten, ne? Regirock. Kannst du doch auch auf keinen Fall genug von haben. Unmöglich. Generell kannst du ja von keiner Karte genug haben. Mh... Spezialenergie. Das ist natürlich auch immer gern gesehen. Das gleiche Regirock. Nochmal. Toll. So, jetzt haben wir hier wieder... Schicksalsschmiede. 33 Packungen. Da ist jetzt die Frage, war Schicksalsschmiede nicht das, was ich 18.000 Mal aufgemacht habe? Glaub nicht, oder? Ich weiß nicht, irgendwas mit Turbo, was ich 18.000 Mal aufgemacht habe. Miu! Die ist neu. Die habe ich noch nicht. Geil. Ich weiß zwar nicht genau, ob ich es gebrauchen kann. Ich glaube nicht. Aber... Oh, Spezialkampfenergie. Die brauche ich. Die brauche ich halt tatsächlich. Bronzong. Mhm. Harmonitas Helix Fossil. Ja. Why not? Aber doch, da sind schon relativ wenig neue Karten. Das scheine ich auch schon ziemlich häufig geöffnet zu haben. Krawumms. So Knogger. Nice Ausbeute. Das ist dann immer so das Ding, ne? Wenn du dann die Dinger da schon 7.000 Mal hattest. Pantymos. Da wurde mir auch gesagt, ich soll die einen traden. Ist halt jetzt die Frage. Ist halt jetzt die Frage, ne? Alter, noch eine Spezialkampfenergie. Jetzt habe ich vier. Jetzt ist mein Kampfdeck gut. Wenn ich vier davon habe, kann ich mein Kampfdeck auch so richtig benutzen. So ist jetzt die Frage. Ich habe davon ja noch 28. Was würdet ihr meinen? Soll ich die dann lieber eintraden? Und, äh, mir da andere Sachen für holen? Die ich besser gebrauchen kann, weil... Ja, wir sehen halt, ne? Auch diese Karten. Davon habe ich halt schon unsagbar viel. viele geöffnet. Und da will ich noch was Neues rauszuziehen. Was sich lohnt, ne? So, und jetzt könnte es... Jetzt erleben wir es mal live mit. Warte mal, fertig. Jetzt erleben wir es mal live mit. So. Freud entfernen. Ja. So, guckt mal, ne? So einfach ist es nämlich. Denn, ähm, nein heißt nein. Das ist immer wieder verrückt. Immer wieder verrückt. Aber okay. Stellst du dir die Frage, ne? Warum ist das so schwer zu verstehen? Wenn jemand sagt, ne? Ah, fuck. Da wurde ich jetzt wieder erwischt. Ähm, Sammlung. Ja. Und wenn ich die eintrade, dann wäre halt die Frage, gegen was? Gegen was würdet ihr sie eintauschen? Das würde mich halt auch interessieren. Welche, ähm, Erweiterung mir wohl am meisten bringen würde. Mega Turtok EX. Sehr gut. Den hatte ich noch nicht. Und in meinem, in meinem Wasserdeck gibt es auf jeden Fall einen Turtok. Da könnte man ihn auf jeden Fall mit reinpacken. Hydro-Kanon. Die sind gefügt zwei Pokémon auf der Bank. Denn es gehen erst 30 Schadenspunkte zu. Und 120 auf denen. Das ist schon, das ist schon ziemlich geil. Und das nur mit drei Karten? Und das nur mit drei Karten, ey. Aber ich würde sagen, wir machen einfach hier noch zwei auf. Ja, komm. Zwei. Bisschen Part strecken. Was können wir machen? Hm. Tja, es ist einfach nichts Neues dabei, ne? Selbst so nicht. Oh. Gut, dass ich das noch aufgemacht habe. Mega Altaria EX. Sehr gut. Denn die ist auch noch neu. Hm. Jetzt bin ich wieder in Versuchung, doch alle zu öffnen. Ah. Jetzt ziehe ich da ja noch den absoluten Wahnsinn raus, ne? Man weiß es nicht. Zotrom. Rotom. Sorry. So. Das soll es aber auf jeden Fall gewesen sein für dieses Pack Opening. Was wir mit den restlichen 26 machen, ob ich die so öffnen soll oder ob ich die lieber eintraden soll, das sagt ihr mir. und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde. Bis dann und ciao. 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 Vielen Dank.